Da bist du. Ich bin der Game, Bitch! Ciao. So, ich glaub das war's. Links auf meiner Seite ist noch einer. Wir sind noch zwei auf jeden Fall. Drei! Das war er. Yeah. Erledigt. Oh, links ist noch einer. Mhm, den hab ich hier am Visier, der steht gleich wieder auf. Es sei denn, ähm, weil ich ihn in den Fuß geschossen habe, ist er jetzt tot. Das kann natürlich sein, ne? Ich glaub, das war's. Mit dem Fuß geschossen, tot. Oh Gott, scheiße. Oh, ganz viele zur Auswahl hier. Die Auswahl ist, ist einfach zu groß. Verdammt. Ich weiß auch nicht, was ich mir... Oh, Alter, hier sehen alle cool aus. Ja. Der blaue hier ist ja Auftragswagen. Mhm. Achso, kann man hier eigentlich andere nehmen? Ja, deswegen ja. Ja, guck ich auch gerade. Ja, ich bin gerade einmal out. Ja, nice. Kann ich hier irgendwie... Oh, geil. Ne, bereut mich. Ist ja sowieso aus. Ich kann hier aber nicht, ähm... Hä? Irgendwie das Auto springen lassen, oder? Ne, ist ja kein Lowrider. Klar ist das... Das... Das grüne, ja. Warte mal, ich fahre mal den weg hier. Iiiiih! Das hässliche Ding nimmst du? Na, ist nur... Na, ich nehme den nicht, aber ist ein bisschen cool hier. Ja, ich glaube, so was hier, äh, kannst du... Kannst du bei Bennys machen. Ja. Ach ne, mein Haus ist ja geweiß, wa? Ne, grün. I don't know. I don't know. Ich wundere deine. Ich fahre mal das Auto da nach Hause. Okay. Genau, fahr das mal nach Hause und komm da mal zurück. Ach so, ich weiß gar nicht, ob du das abspeichern kannst. Alter, sieht so geil aus. Boah, der sieht auch nice aus. Dieses Fahrzeug kann nicht in deiner Garage abgestellt werden. Ja. Dachte ich mir schon. Schade. Aber ist schon geil. Fährt sich gut. Der hier sieht aber auch nice aus. Hast du die Fracht, ja. Ja. Ich hab die Fracht. Muss mal gucken, der sieht... Ach ne, alter geht da schon wieder los. Ah, die kommen böse Leute. Ein ganz böses Leute. Ich glaube, in dem Fall sind wir die Bösen. Ich meine, wir haben ja, äh, eine frische Party gestört. Aber alle anderen sind die Bösen. Oh, ich hätte hier rumgemust. Ja, ja. Ich weiß nicht warum, aber bei mir leckt das Spiel heute zwischendurch. Leckst du auch beim, äh... Sprechen. Verlackst. Ich weiß auch nicht. Sieht aus, als wenn du springst, ey. Dein... Was... Seine, dass man das Auto nicht reinmachen kann. Ja. Oh, das rote ist auch geil. Ja, ist auch. Das ist von Tokio Drift. Sieht auch cool aus. Guten Tag. Mahlzeit. Mit zu deinem Windschirm, Markus. Was mir hier nicht viel bringt. Oh, Alter, was ist denn da unten los? Ja, Elefantenrennen hier oder... Alter, bist du scheiße? Was ist denn mit den LKW hier los? Ich bin sehr erschrocken. Kommt mir auf jemanden LKW hier entgegen. Muss hier hin, wa? Ja, ja, zum... Zu mein Lager, ja. Zu meinem Nachtschirm. Nachtschirm. Alter, Leute, was ist denn hier los? Alter, sieht so geil aus, das Auto. Sie haben zur Zeit hier alles ganz ruhig und auf jeden Fall geht hier die Poster. Oh, da kommt jemand. Ne, Donny, jetzt nicht mehr. Lass ihn kommen. Lass ihn kommen, ich bin zu Hause. Oh, geil. Der fährt in den Ruh... Ja, jetzt ist er da. Hostler. Rang erhöht. So, jetzt geht mal kurz nach oben. Hä? So, hab ich jetzt Geld abgezogen bekommen? Was? Falscher. Ich würde es aus irgendeinem Grund 25 Dollar weniger bekommen. Ach so, ähm... Dein Ding. Entweder Mito oder Mechanica. Oder beides, Mito und Mechanica. Die kosten ein bisschen was. Dafür, wenn du ein kaputtes Auto bei dir reinstellst, ist es sofort wieder repariert. Kostenlos. Ja. Dafür zahlst du halt, ich glaub, wöchentlich oder monatlich hier in-game. So. Haben wir mal schnell den Wand-Tresor geleert. Zahlen wird noch schnell ein. Na. Da. Jupp. Jut. Dann guck ich mal, ob ich hier Werbung betreiben kann. Mhm. Für meinen Nachtclub. Neues Make-up. Ups. Also, ich muss mich ja erstmal als VIP registrieren. Wartet hier. Sagen wir mal, ich muss immer wieder gucken, wo das war. Ne, das muss da hier, wie soll ich sagen, Nachtclub-Verwaltung. Ne, Nachtclub-Einladen. Ne. GPS, Inventar, Stil. Okay. Okay, so weit, okay. Aha. So. Gucken wir mal. Mhm. 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 Ja. Klub bewerben. Wo schlürt denn es Philipp rum? Ach da. Eidon Knopf. Haufen. Was schließt du denn? Du gehst jetzt auf der anderen Seite. Mhm. Ja. Okay. Ich muss ein paar Plakate aufpassen. Mach einfach ein paar Markierungen. Mhm. Weil der Koffer auch ein bisschen offen ist. Oh, passiert. Oh. Das bin ich in falsche Richtung. Passiert. Kannst du aber auch, warte mal, wenn es besser geht, kannst du auch erst das Tier machen. Dann kannst du hier bleiben. Ich muss noch ein paar Mal zwischen dir. Ich muss noch ein paar Mal mit den Schlepper nehmen und dann drauf packen. Okay. Ich will da noch ein paar Mal mit dem Schlepper nehmen und dann drauf packen. Ja. Aber Philipp komme ich. Das ist auf so ein Schleifchen fahren. Die Kurven immer schön eng nehmen, ne? Die wollen Kart fahren. Ja, oder eine Fahrschule. Schön eng rum. Ich will nicht eng rum. Ich habe ja so ein Video gesehen, dass einer so kostenlos vom Jobcenter ein Dings macht. Führerschein, entweder LKW oder PKW. Naja, wenn du eine Jobaussicht hast, ist es so. Ja, ich hätte eine. Jobaussicht. Ja. Also, vielleicht zu sagen, ja? Ja, hier, mein Kumpel. Er würde mir so ein Schriftstück geben und dann, ja. Okay. Wie hängt man denn hier an? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. B oder? Steht es da nicht? Nee, hier steht nichts. Aber es ist doch hier. Oder muss ich hier an den Schild dran? Nee. Nee. Oder musst du unten dran kleben? Ach so, ja. Da blinkt ein Pfeil. Da musst du die Treppe runter gehen, oder? Keine Ahnung. Ja, oder genau. Nee, die Treppe runter. Ich glaube, schneller, wo ist denn die Treppe? Da ist die Treppe. Links. Äh, links von dir. Und hier runter? Nee. Schade. Ja, hier ist ein... Hier ist ein Lichtlein. Oh. Falsche Taste. Ah, schade. Kein Driftwagen ist. Ich kling hier einfach ein Plakat auf und die Polizei läuft an mir vorbei. Das ist auch gut. Aha. So. Der nächste Stopp wäre hier. Nur noch sieben Plakaten, haben wir Feierabend. Arschloch. Das Auto sieht jetzt aus, ey. Wie hältst du das am Sofa? Echt mal. Kannst du mal voll tanken, dann sieht es wieder besser aus. Ja. Kann man reparieren gehen lassen? Ja, ich glaube nicht. Muss man schauen. Also meistens muss man hier so eine Sportwagen oder so besonderen Autos, muss man kaufen. Ja, jetzt muss man sich alles selber bauen und so. Ja, ja. Na klar. Man muss den Motor selber bauen und... Ja, hier, hier. Achso. Da vorne, ja. Ein bisschen weiter kannst du. Ja. Genau, hier. Jawohl. Das ist schon geil, das Ding. Ja, ne? Schönes Plakat. Das sieht so... Das flattert im Wind gerade. Ja? Cool. Oder... Ja, flattert ein bisschen. Nice. Achso, ja. Oder ist ein bisschen wieder. Markierung machen. Das Grafik wieder. Fehler. Das kann nicht sein, weil das Spiel hier ist komplett backfrei. Naja, stimmt. Das backt keinen Kuchen, das backt keine Ahnung, keine Pizza. Das reicht. Das reicht. Ich weiß nicht warum, aber wenn ich mit euch zocke, habe ich immer Hunger. Ich glaube, ich esse zu wenig. Das war so, wenn ich mit euch zocke. Das ist hell of us. Das war knapp. Mach's voll Spaß, eh. Plakate aufhängen? Plakat... Nee, äh rumzufahren, ja. die hat mich gerammt musstest du gesehen haben ja ja ich habe ich habe videobeweise die ganze autofeld fällt bald auseinander so was haben wir hier da so was dann philippen das wahrscheinlich wieder um in nord oder zu hause kann das auto nicht reparieren nee 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 das war mir eigentlich klar die dinger muss man sich kaufen kommt mir vor wie fast es hier ist nicht richtig drücken kann ja mit dem ding das geht alles das ganze so ja mitten mit dem fahrrad driften oder heli driften knapp ja dicht daneben ist so vorbei das passt schon das war nicht knapp aus kamikaze die gute kaminkatze kaminkatze oh die tür ist offen ja das nötig ich steig gleich wieder ein schönes plakat so ein schönes plakat ja soja stimmt du siehst du dir nicht hä warte mal kurz was gucken müsste da oben sein wo war auch gerade die autos heran hast du die sehen der hat sich einfach unter dein auto geschmuggelt ja ist denn der liebste sauerei ey krass mann boah philipp hör doch mal auf zu labern ey du redest ohne pause wie konzentrierst du gerade ja was soll ich gerade machen ja du kannst ja mitkommen ein paar plakate hängen oder so keine ahnung ich hab gerade am tabule da mach ich das wieder ja gut dann bleib weg okay ok ich hab gerade die gemacht kannst ja mal sehen was marco aus den schönen wagen gemacht hat das ist richtig geil zum glück haben wir überall bügel ja ne so die letzten plakate ja voll ab ey was war das denn da kann ich noch dazwischen auf 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 die aufnahme freue ich mich jetzt schon das hörte sich gerade zu komisch an du bist hier im auto rumgesprungen dann nur kurz herrlich ein bisschen runter so jetzt sieht die haushand schön aus bist du bereit für das letzte plakat oh ja fahr nicht zu schnell ich muss kotzen ich muss kotzen du bist ich muss das ist das ist das ist das ist Untertitelung. BR 2018